Hallo zusammen, mein Name ist Florian Buchter. Ich bin komplementär bei der Hermann Uhl KG hier in Schutterwald. Wir haben 180 Mitarbeiter und wir sind immer auf der Suche natürlich nach den Besten zu finden. Es wird immer schwerer, wir müssen immer mehr dafür tun und deswegen haben wir den Stefan Preising Firmenliebe mit seinem Team ins Boot geholt und zusammen mit der Nettolohnoptimierung haben wir einen richtigen Partner zusammen, die uns einen richtigen Mehrwert geben und deswegen sage ich Daumen hoch für den Stefan Preising Firmenliebe.